Diese Figur und noch viele weitere könnt ihr euch jetzt bei Amazing Collectibles schnappen. Schaut doch mal rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Snake Reviews und zu einer tollen kleinen Review, denn ihr habt es schon gesehen im Thumbnail, oder? Ja, schaut mal, was ich da habe. Die Three Zero Turtles sind da, aus Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Out of the Shadows. Und heute fange ich das Ganze an mit dem guten Leonardo. Ihr seht schon, die Box ganz toll gehalten hier im Blau. Und vorne drauf halt mit dem Bild von Leonardo aus dem Film. Schauen wir uns die Box kurz an. Ihr seht schon hier, da ist Leo, das sieht sehr, sehr cool aus. Hier richtig schön aus dem Film, das gefällt mir halt. Und obendrauf halt dann das Logo aus dem Film. Auf der Rückseite seht ihr auch nochmal richtig cool. Hier, Leo, ne? Sehr genial. In dieser großen Box befindet sich halt eine richtig, richtig coole, detaillierte Figur, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und ja, auf jeden Fall dranbleiben auf diesem Kanal, denn ich habe alle vier Turtles hier, um sie euch zu präsentieren. Also, jetzt gehen wir erstmal zu Leonardo, schauen uns den gemeinsam an. Und ich bin sehr gespannt, wie 3-0 hier die Umsetzung gemacht hat. Los geht's! Und da haben wir nun den furchtlosen Anführer der Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wow! Also ganz ehrlich, ich habe ja nun die aus der ersten Film-Variante. Und die haben mich schon mehr als überzeugt. Aber hier, der Leonardo, Leute, das ist schon wieder... Es ist so unglaublich cool, wie die Turtles hier einfach umgesetzt wurden. Natürlich mag man über das Design sagen, was man möchte. Aber ich muss sagen, rein als Figur ist das hier der Wahnsinn. Sie ist natürlich wieder sehr massiv, diese Figur. Leonardo sieht ein bisschen anders aus wie im ersten Film. Ich finde, er wurde ein bisschen abgeschwächt. Und er sieht wieder ein bisschen mehr wie ein, ja doch, richtiger Ninja-Kämpfer aus. Natürlich sind hier wieder hier und da verschiedene Sachen angebracht, die er halt wahrscheinlich irgendwo gefunden hat. Und daraus hat er halt seine Rüstung gemacht. Ich muss sagen, was mir hier besonders gut gefällt an diesem Leonardo, ist dieses Mal das Gesicht. Denn es wirkt nicht sehr ernst. Es wirkt nicht sehr, ja, starr. Nein, Leo lacht. Leo grinst hier wirklich. Und das ist etwas, was ich an dieser Figur wirklich extremst hervorheben möchte. Das sieht unglaublich toll aus. Und ich denke mal schon, dass der ein oder andere von euch das nämlich genauso cool finden wird wie ich. Weil schaut mal. Und die sehen dieses Mal wirklich noch um einiges echter aus, muss ich sagen. 3Zero hat hier, denke ich mal, doch ein bisschen noch, ja, Improvement herangesetzt. Aber es fällt mir auch wieder auf, dass hier und da so ein paar Sachen halt genauso gleich umgesetzt wurden. Oder halt von der Macher, der ja gleich sind. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier natürlich sein Bandana. Das ist hier auf dem Kopf halt draufgesculptet. Das ist bei den anderen Versionen auch schon gewesen. Und hier haben wir dann natürlich ein bisschen Stoff halt, was hier so ein bisschen runterhängt. Das könnt ihr so ein bisschen halt dann hier in Position packen. Und dann sieht das recht cool aus. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr. Genauso wie dann natürlich bei Leo oben auf dem Kopf diese Turtle-Haut hier. Das sieht sehr schön aus mit den verschiedenen schwarzen Flecken und alles. Und dann da drunter, ihr seht das ja schon, ist natürlich hier wieder diese Gummihaut, die wir auch bei den anderen Turtles schon haben. Ja, die ist okay auf jeden Fall. Wirkt hier und da vielleicht ein bisschen zu dick. Aber einfach komplett in Pose gepackt ist dieser Leonardo. Schaut ihn euch an. Diese blauen Augen allein und sein Grinsen mit den Zähnen. Also da hat A3Z0 eine richtig coole Figur rausgehauen. Und glaubt mir, wenn ich sage, wenn ihr die anderen Jungs seht, die sind genauso fantastisch gemacht. Wenn ihr auf das Design steht, dann werdet ihr hier wirklich komplett happy sein. Also würde ich jetzt irgendwie die Möglichkeiten und das Geld haben, was ich leider nicht besitze, dann würde auch dieser Leonardo und die anderen Jungs halt in meine Sammlung wandern, weil die sind toll. Die sind wirklich ganz toll. Wer auf Figuren steht, auf Details steht, der wird hier mit den Turtles wirklich mehr als zufrieden sein. Schauen wir uns mal den restlichen Körper an. Denn auch da ist wieder komplett diese Gummihaut verbaut. Ihr seht hier vorne jetzt seinen Frontpanzer. Das ist alles wieder mit dieser Gummihaut. Und ich kann euch auch sagen, also zumindest aus eigener Erfahrung, diese Gummihaut bleibt beständig. Bei meinen Turtles ist gar nichts großartig. Da ist nichts irgendwie, was einreißt oder sowas. Also macht euch da mal keine Sorgen. Auch da, finde ich, sind die Details wieder um einiges cool geworden. Oder schaut euch das mal an. Also wirklich sehr, sehr stark gemacht, das Ganze. Was mir jetzt bei Leo hier aufgefallen ist, ist ja im zweiten Teil halt so. Leo ist ab sofort tätowiert. Schauen wir mal hier auf der Seite. Da könnt ihr es nämlich richtig sehen auf seiner Schulter. Warte mal kurz, Leo. Gib mir mal dein Katana. Das ist ein bisschen im Weg. Schaut mal da. Da ist ein richtig cooles Tattoo, was hier mit auf der Gummihaut drauf ist. Und das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Es ist hier eine Schülkröte drauf zu erkennen. Wenn ihr mal ganz genau hinschaut. Es ist nicht zu markant, dieses Tattoo. Es ist ein bisschen, ja, nur komplett in Schwarz gehalten. Das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf. Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen. Das ist nämlich auch noch hier tätowiert. Schaut mal da. Wo ihr jetzt hier so gesehen alles so ein bisschen umwickelt habt. Auch da ist ein Tattoo bei Leo jetzt hier drauf. Aber es sieht gut aus. Das gefällt mir. Es ist sehr stylisch. Das passt schon so weit. Ja, ansonsten, wie wir es auch von den anderen Figuren von 2014er, vom 2014er Film kennen, ist hier alles natürlich so ein bisschen umwickelt. Das ist hier wieder festgeklebt von 3-Zero. Auch hier, rate ich euch, passt ein bisschen auf, denn die Figuren waren wieder mal ein bisschen sehr fresh, als ich sie aus der Verpackung geholt habe. Lasst sie ein bisschen atmen und dann geht das einigermaßen. Aber ich kenne es halt nicht anders. Ja, ansonsten, ihr seht ja schon hier bei Leo, wir können das Ganze hier ein bisschen gut bewegen. Hier ist dann natürlich eine Menge Stoff rumgewickelt und alles. Er hat sich hier natürlich wieder so ein bisschen was zurechtgemuckelt. Das sieht ganz cool aus, das muss ich sagen. Jetzt hat er auch hier natürlich, damit er mit den Jungs kommunizieren kann, auch hier ein kleines Mikro. Hier so einen kleinen CB-Funk hat er hier am Start. Das Ganze ist hier oben halt dann mit Panzertape festgeklebt. Das sieht ganz stark aus. Die Gurtung, die er hier hat, das ist aus Kunstleder. Aber bei diesen Gurten sage ich auch jedes Mal, passt ein bisschen auf. Wie er guckt, er ist einfach, guckt euch Leo an, ist toll. Hier dann so ein bisschen mit Faden rumgesetzt und alles. Und auf der Rückseite, wenn wir jetzt mal auf diesen massiven Panzer gehen, der ich ja schon bald in anderen Versionen so genial fand, seht ihr dann natürlich, hier sind die Schwertscheiden für die Katana am Start. Und hier halt diese große Schnalle am Start, wo dann halt hier der Gurt so gesehen zusammengepackt ist. Ist aber nur Kunststoff, auch wenn es aussieht wie aus Metall, ist nur Kunststoff. Und ja, auch Leo hat mittlerweile eine Art Markierung auf dem Rücken. Die hat wahrscheinlich die Maiki raufgekrickelt, falls ihr das genau erkennen könnt. Und in Blau sind hier ein paar japanisch-chinesische Schriftzeichen raufgebracht worden auf dem Panzer. Auch das kennen wir so noch nicht und ich finde es eigentlich sehr cool. Ich mag die Panzer. Diese massiven, großen Panzer, die sehen wirklich sehr, sehr stark aus. Und wenn wir da halt näher rangehen, die Details hier sind, glaube ich, sogar noch ein bisschen cooler ausgearbeitet, als bei den anderen Versionen, die ich euch nachher nochmal zeigen werde. Denn es wird natürlich auch hier noch einen kleinen Vergleich geben zwischen dem Leo und dem alten Leo. Ja, ansonsten schauen wir uns mal das hier unten weiter an. Hier kommen wir jetzt natürlich zum Gürtel, schrägstrich zur Hose. Hier auch wieder sehr interessant. Das zeigt natürlich wieder, dass Leo irgendwo was gefunden hat. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist vom Times Square. Das steht hier dick drauf. Es ist hier festgeklebt und dann hier natürlich noch mit einer Art Panzertape befestigt. Na, da rate ich aber, passt ein bisschen auf. Dieser Part hier zum Beispiel, diese Lamellen sind aus Gummi. Auch hier oben, das kennen wir ja von 3Zero. Der Rest ist aber Gott sei Dank hier zumindest aus Stoff. Na, hier der Gürtel, die Gürtelschnalle aus Plastik und hier tatsächlich Kunstleder. Und an dieser kleinen Tasche kommen dann sogar noch ein paar kleine Zubehörteile mit dabei, die ich jetzt gerade mal hier auf der Seite habe. Nämlich, Leo hat noch drei kleine Kunais mit dabei, die aus Kunststoff gemacht sind. Und die dürft ihr dann hier halt reinstecken. Passt da so ein bisschen auf. Die Kunais sind sehr spitz. Nicht, dass ihr durch die Tasche dann durchstecht. Ich glaube, dann würdet ihr euch so ein bisschen erdern. Aber ja, da kommt natürlich der Ninja Style so ein bisschen durch. Das dritte Kunai, wo ist es? Komm her. Reingesteckt. So, und dann sieht das cool aus. So, drei Kunais noch jederzeit am Start. Falls er mal seine Katana, wie jetzt in diesem Fall hier verliert, kann er dann halt da auch schnell herangreifen. Und dann kann er loskämpfen. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Tja, wenn es jetzt halt um die Hose geht, auch die finde ich gar nicht schlecht. Ist natürlich aus Stoff gemacht. Die ist hier bei Leo komplett einmal um den Körper drum. Und die fühlt sich wirklich sehr gut an. Ist natürlich auch geweathert. Das sieht auch wirklich sehr, sehr stark aus. Und finde ich wirklich gut, das Design. Ich mag es irgendwie. Ich finde es wirklich sehr stark. An den Knien haben wir dann natürlich hier wieder ein paar coole Knieschoner. Schaut mal hier. Die sind auch hier mit Gummizügen übrigens befestigt. Und hier vorne die Knieschützer sind teils aus Kunststoff. Und dann auch hier wieder dieses Panzertape rüber gemacht. Und darunter seht ihr so ein bisschen so eine Camouflage Sache am Start. Hier so eine Camouflage mit Fütterung, was ich sehr nice finde. Das ist bei den Turtles auffällig. Kann ich euch dann auch in der nächsten Review bei Donatello zum Beispiel zeigen. Da ist auch sehr viel Militär und Camouflage mit dabei, was ich sehr stark finde halt. Und dann hier unten, wenn wir weiter jetzt runtergehen zu den Schuhen, die dieses Mal nicht zusammengebastelte Turnschuhe sind. Nein, Leo geht jetzt hier wirklich den Weg des Samurai oder des Ninjas. So gesehen leichte, alt-chinesisch-japanische Schuhe sind hier so gesehen repräsentiert. Das finde ich cool. Und ja, er hat hier so eine Art Socken an. Und die sind wirklich auch, das sind Socken. Also die sind auch sehr flexibel. Cool gemacht. Der restliche Schuh allerdings besteht nur aus Kunststoff. Und hier so ein bisschen gummiartig halt. Aber ich finde es cool. Ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Und ihr seht ja auch, hier ist natürlich eine Beweglichkeit drin, weil darunter halt der Ball-Joint ist. Haben die eigentlich noch Profil drunter? Tatsache. Mit dem 3-0-Logo hier unten noch. Also sehr, sehr schön gemacht. Detailtechnisch sage ich ja immer wieder, da sind die Turtles genial. Egal, was man von dem Design vom Film halten sollte. Aber schaut euch das an. Als Figur funktionieren die hier wirklich mehr als perfekt. Das sind coole Turtles. Das ist auch hier nochmal. Hier das Ganze ist hier auch nochmal befestigt an der Seite. Sehr schön gemacht. Und dann auch nochmal hier diese Kunstledertaschen, die hier überall dran sind. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und glaubt es mir, wenn ihr die im Regal stehen habt. Ich denke, die Leute unter euch, die Sammler unter euch, die die 2014er Turtles schon haben, die wissen, was das für eine geniale Präsenz ist, wenn ihr diese Turtles halt in eurer Detail verhaut. Ansonsten, Zubehörtechnisch. Erwartet da bitte wieder nicht viel, weil Leo ist eigentlich vollgepackt mit einer Menge Zubehör und sieht einfach optisch sehr stark aus. Da muss nicht viel dabei sein. In dem Fall sind es natürlich wieder ein paar austauschbare Hände, die da mit dabei sind. Unter anderem haben wir jetzt hier eine kleine Faust am Start. Die sind auch alle wieder mit Stoff umwickelt, falls ihr das noch nicht kennt. Ist auch bei denen hinten so halt, passt aber so ein bisschen auf, weil das ist alles festgeklebt. Und wie Zero typisch, hier und da klebt es noch ein bisschen, ist noch ein bisschen am Färben. Aber wenn die halt über Zeit stehen, dann passiert da nicht viel. Und das hier ist eigentlich die richtige Hand zum Halten der Katana. Ich habe jetzt einfach diese Standardhände drauf gelassen. Damit geht das allerdings auch. Hier könnt ihr natürlich aber auch nochmal einen festeren Griff halt haben, wenn ihr Leo einen Katana oder halt mal einen Kunai in die Hand packt. Damit kann er das auch wirklich sehr, sehr gut umhalten. Und dann funktioniert das austauschmäßig. Typisch wie bei allen anderen One-Six-Gale-Figuren, die ich euch hier gezeigt habe. Mit normalen Ball-Joints und das hält auch eigentlich ganz gut. Macht euch da keine Sorgen. Die Katana selbst, by the way, sind auch wie bei den 2014er Turtles nur aus Kunststoff, aber haben natürlich auch wieder einen schönen Detailgrad und die sind riesig. Schaut euch das an. Ganz toll gemacht, recht flexibel. Da kann nicht viel passieren. Dieses Mal neu im Gegensatz zum anderen Leonardo ist, dass wir hier hinten noch so einen kleinen Stoffanteil hinten dran haben. Das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Die Details hier dran halten. Es ist toll. Es ist wirklich sehr toll. Ich habe einen kleinen Nitpick allerdings. Die Katana, beide hier, sind beide, sind die beide gleich? Beide ist die gleichen dieses Mal. Ja, die passen nicht wirklich in die Schwertscheiden rein. Das ist ein kleines Problem. Das Ganze ist leider ein bisschen zu eng, wenn ich das jetzt mal zeige. Ich habe es halt versucht, ob die irgendwie unterschiedlich sind, aber das ist leider sehr eng. Also man kann es reindrücken, aber das ist wirklich sehr, sehr steif. Passt auf. Am Ende drückt der dazu rein und dann kann es sein, dass halt so ein Katana mal eben bricht. Und das wollt ihr halt nicht. Daher packt das einfach Leonardo in die Hände, so wie es sich sowieso gehört. Lasst sie ein bisschen in einer coolen Kampfpose und dann habt ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß an eurem Leonardo. Wenn es um die Beweglichkeit von Leonardo geht, wird es auch wieder sehr, sehr interessant. Aber durch die Gummihaut, die da drüber ist, ist es bei allen anderen Turtles halt auch so, dass die eigentlich eine relativ gute Beweglichkeit haben. Der Kopf sitzt auf einem Balljoint, den könnt ihr natürlich sehr schön bewegen, nach links und rechts. Hin und wieder vielleicht ein bisschen lose, da müsst ihr mal gucken, aber ihr seht schon, das geht. Wenn ihr es allerdings zu weit nach links oder rechts packt, dann kommt hier halt so eine kleine doofe Lücke bei der Gummihaut. Ihr müsst das halt so ein bisschen zurecht rapieren, damit das einigermaßen echt aussieht. Aber das passt schon. Die Arme, da sind wieder überall Ratchet Joints verbaut. Also nicht erschrecken, wenn es knackt, das ist aber gar nicht schlecht. Und wenn sie rausploppen, was gerade voll passiert ist, seht ihr ja nur Balljoints. Einfach wieder reingedrückt das Ganze, die Gummihaut zurechtgepackt und dann funktioniert das. Ihr seht hier ganz normal, damit das natürlich auch cool in Pose bleibt. Der gesamte Arm ist mit einer Gummihaut überzogen. Hier drin im Gelenk ist aber halt, wie gesagt, eine Beweglichkeit. Beweglichkeit strapaziert das aber nicht zu sehr. Auch da ein Ratchet Joint, den wir ungefähr so weit drücken können. Also weiter nicht, mehr geht nicht. Also da passt ein bisschen auf. Ich würde es eh nicht unbedingt in einer extrem krassen, starren Pose, krassen gebogenen Pose lassen, Leute. Ansonsten durch den Balljoint haben wir natürlich hier noch so eine kleine Beweglichkeit nach innen und nach außen. Das geht. Also Bewegungspunkte technisch sind die Arme auf jeden Fall mehr als okay. Die Hände auch da. Natürlich sitzen die auf Balljoints. Wir gucken mal hier. Die können wir natürlich 360 Grad drehen, ein bisschen kippen und biegen. Aber es kann natürlich sein, dass sie euch da so ein bisschen rausrutschen. Denn die Gummihaut ist hier schon wirklich sehr eng dran am Gelenk. Aber macht euch da keine Sorge. Wie gesagt, alles über Balljoints. Wenn es mal rausflutscht, einfach wieder reingedrückt. Der Oberkörper, da ist natürlich jetzt sehr interessant mit dem App Crunch. Und ihr könnt schon sehen, dass hier natürlich auch die Gummihaut unterteilt ist. Das heißt, Leo, wo packe ich den mal an hier? Hinten am Panzer. Kann sich hier bewegen. Ihr seht, dass hier ist die Beweglichkeit. Guckt so ein bisschen, weil der Panzer geht hier hinten komplett rüber. Da müsst ihr diesen ganzen oberen Part halt drehen. Aber es geht auf jeden Fall. Kann er sich gut nach vorne oder nach hinten beugen? Ich würde eher sagen, nach hinten lassen wir mal ganz, weil das funktioniert gar nicht. Da ist natürlich der Panzer im Weg. Nach vorne, ja, minimal. Also ich denke mal, eher diese Beweglichkeit ist einfach dafür da, dass Leonardo sich nach links und rechts noch in coole Posen packen kann. Die Beine auseinanderpacken, auch auf Ratchet Joints, wie ihr es hört. Geht so weit, passt aber natürlich auch hier mit den ganzen Vergurtungen und alles auf. Nicht, dass da was reißt. Aber es ist theoretisch alles machbar. Nach vorne, das Bein ungefähr so weit. Nach hinten, ja, es geht. Es ist einigermaßen eine coole Beweglichkeit am Start. Dann die Knie sitzen hier natürlich auch auf Ratchet Joints. Ihr müsst das ja auch verstehen. Die Ratchet Joints, die unterstützen halt diese sehr schwere Figur, damit halt er noch ganz gut stehen kann. Knie also ganz gut. Dann die Füße, was ich euch vorhin gesagt habe, sitzen hier auf Ball Joints, damit wir hier einen schönen Enkelpivot nach links und rechts vorn und hinten halt die Beweglichkeit haben. Allerdings auch hier, das ist ein kleines Problem, was ich auch mit den anderen Figuren schon hatte. Der eine hier ist ein bisschen sehr locker, finde ich. Und bedenkt auch, Zuber-Technisch gibt es bei 3-0 keine Stands. Also die müssen von alleine stehen, aber ihr könnt Leo eigentlich so weit gut ausbalancieren, dass das funktioniert. Und wenn ich ihn jetzt so sehe, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Turtles-Figur, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Das sind coole Turtles und im Regal sind die auf jeden Fall ein Eyecatcher. Tja, was bleibt am Ende noch, wenn ich euch so nichts mehr zeigen kann? Und der Größenvergleich oder der Vergleich zwischen beiden 3-0-Leonardo-Figuren. Und hier auf der rechten Seite ist jetzt mal der Leonardo aus dem 2014er Film, sprich aus dem ersten Teil. Den muss ich jetzt mal ein bisschen ausbalancieren, weil der hat nämlich das Problem halt, dass er manchmal so ein bisschen umkippt. Und ihr seht schon, da ist halt ein Unterschied. Da ist definitiv ein Unterschied. Ich finde, der aus Teil 2 ist ein bisschen entschärft, weil hier ist ja wirklich eine Menge krasser Kram am Start. Auch hier mit der Panzerung und alles und den Schulterklappen, das ist alles hier weggefallen. Er ist ein bisschen sleeker, ein bisschen cleaner und ich finde, der gefällt mir besser. Da bin ich ganz ehrlich. Und was mir auch aufgefallen ist, dieser Leonardo aus dem zweiten Teil ist größer. Der ist definitiv größer als dieser Leonardo. Und natürlich, er guckt ein bisschen grimmiger, wenn ihr das seht. Der guckt sehr böse. Ist aber natürlich auch sehr cool gemacht. Aber das Gesicht hier mit dem Grinsen, das finde ich, sieht irgendwie cooler aus. Das sieht sehr freundlich aus. Das sieht eher nach einem vertrauenswürdigen Anführer aus. Und da bin ich wirklich mehr als zufrieden mit. Ja, ansonsten gibt es so irgendwas, was gleich ist. Wir können ja mal kurz auf die Rückseite gehen. Das interessiert mich jetzt selber mal, ohne dass die Jungs hier umfallen. Die sind so massiv, das ist der Wahnsinn. Die Panzer interessieren mich. Das ist ja etwas, was nicht vielen Turtles-Fans gefallen hat. Aber ich finde die ja persönlich sehr cool, gerade an den Figuren gemacht. Und ihr seht auch hier, guck mal her. Gott, sind das die gleichen Panzer? Hat da 3-0-Ein-Reuse benutzt? Ich würde schon fast sagen ja. Wenn wir jetzt mal hier im Nacken-Bereich halt diese Markierung hier oben sehen, die existieren bei beiden Jungs. Also ich denke mal schon, dass da natürlich ein Reuse gemacht wurde, was auch völlig okay ist, weil es ist ja eigentlich der gleiche Charakter. Daher ist das völlig gut. Und auch hier muss ich sagen, seht mal die Schwertscheiden zum Beispiel, sind jetzt beides die gleichen. Es ist nicht alles so wild hin und her gemixt. Hier sind ja zwei unterschiedliche am Start. Dieser Leonardo hier hat ein bisschen mehr Clean-Height drin, wie ich es gerne nenne. Also finde ich um einiges cooler. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Und das ist auch alles, was ich euch dann zum guten Leonardo zeigen kann. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. Wie gesagt, die Filme sind jetzt nicht die absolute Fan-Favorite, aber reine von der Figurenform her müsst ihr das einfach mal betrachten. Die sind grandios. Die sind grandios. Massiv tolle Details dran und können sich wirklich sehen lassen. Und Leonardo ist nur der Anfang meiner kleinen neuen Turtles Mania, denn ich habe alle vier hier. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Guckt auch beim nächsten Video rein. Da wird es dann halt den nächsten Turtle geben. Und glaubt mir, die sind einfach alle super toll gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, wer die 2014er Turtles hat, der weiß, wie cool diese Figuren sind. Und Kaufempfehlung? Ja, auf jeden Fall, liebe Leute. Gerade als Turtles-Fan sollte man da zuschlagen. Ich glaube, ich sollte ein kleines Spendenkonto einrichten, damit ich sie mir selber leisten könnte, weil ich kann es nicht. Ich kann es leider nicht. Ich habe den ganzen Karton hier und würde sie einfach am liebsten bei mir behalten. Aber das geht nicht. An alle, die sich den Leonardo schon gekauft haben, herzlichen Glückwunsch. Da habt ihr wirklich eine tolle, tolle Figur. Und ich wünsche euch da natürlich viel Spaß mit. Und ich würde sagen, ich bin raus. Wir sehen uns dann, wie immer, im nächsten Video. Also macht's gut, bis dennne dann und kawabanga!